Jorente, Jorente, Suárez, Pfosten und Kouke, nein! Und nochmal Jorente und nochmal Jorente drüber! Und jetzt geht's ab, jetzt wird's noch wilder als ohnehin schon. Jorente nachträglich getroffen, bleibt liegen. Das sehen Sie bei Getafe gar nicht gerne, wenn auch mal der Gegner liegt und alle drauf. Natürlich auch das irgendwo clever, das kostet Zeit. Und weiterhin 0 zu 0, Jorente, Suárez mit so viel Gefühl, aber halt nicht hinten rein. Und dann Primenes für Marcos Jorente, der ihn drüber setzt und dann noch probiert, einen Elfmeter da rauszuziehen. Den gibt's zu Recht nicht, stattdessen gelb. Da war's, fast Saisontor Nummer 19.